Wir erwarten, dass der Markt jetzt hier reinläuft und die Jahr danach absolut sich halbiert. Aber wohlgemerkt von einem höheren Level, als wir es damals antizipiert haben. Das muss ich ganz klar sagen. Wir gehen aber nach wie vor davon aus, dass insgesamt der Markt zwar nicht von diesem Level hier, sondern von diesem Level seine B abschließt. Wir gingen damals davon aus, dass wir quasi die B hier sehen. Ich zeige das mal. Und nach wie vor von der Kursstruktur gehen wir davon aus, dass wir die B hier sehen. Das heißt also, dass wir hier in den Bereich zwischen 192 und 214 reinkommen, dort die große B abschließen und wenn man das dann prozentual mal einfach von der Unterkante jetzt hier gesetzt, reinsetzt, sind das nochmal über die Hälfte.